Ah, passt schon. Mal was anderes. Wenn ich das letzte Mal wieder nachgefahren. Oh, wir sind wieder P6. Sehr schön. Ich kann zwar die französischen Karren gut leiden, aber... Das muss ich denen jetzt nicht gönnen. Rechts 6, minus über blinde Kuppe in Spitz links. 40, links 4 plus eng. Rechts voll, ich senke. Vorsicht, Spitz rechts. Rechts 2. In links 5. Oh. Und links halten. Rechts 4 minus. Links halten, nicht schneiden. In links 4 eng. 60. Bisschen sehr leichtgängig. Rechts nicht senke. Rechts 5. In links 5 schließt. Über senke. Bis 4 plus. In rechts 5. Hörter. 200. Vollgas über Kuppe. Vielleicht Sprung. Dann ein bisschen Verkreuzung und über Kuppe in der Hand. Ich glaub du kannst das schließt bis 4 plus rausnehmen. 40 spitz links, okay. 110. Ich mach lieber ein minus 3. Du bist enke. Rechts 1 über Pflaster. 50 rechts 1 fällt in der Mausgang. Hast du mitbekommen? Hängen. Hängen Minus an die links 5 da hinten. Okay, okay. Schrechte das schließt. Links 4 170. Das ist lange senke. Lange senke. Rechts voll start bremsen. Links halten, rechts 4 eng. Und 90 grad rechts. Ich glaub dein Mikro ist nicht. Wordentlich positioniert. Ich hör dich aber ein bisschen schlecht. Links 4 sofort. 90 grad links nicht schneiden. Links 4 sofort 90 grad links nicht schneiden. 50. Denke hier links nicht schneiden. Spät. Nicht ganz so nah, okay. 90 grad rechts. Eng. Was? Spitz links. Links. Öffnet. Links halten. Den links 4 eng. Hier war nicht so gut die kehre. Links 6 öffnet bis voll. 150 bremsen. 2 Baumgruppe. 90 grad rechts. Und 90 grad rechts. Den links 5 halben. Dann links 5 bergauf. Felsen außen. Links voll. Ja. 200 bremsen. Täuscht rechts 2 über Kuppe eng 30. Ja. Rechts 2. Vorsicht. 200 verläuft bergab über 3 kleine Kuppen. 1. Ingekehrer links. Und dann 40 über Kuppe bis ziel. 1. Mist. Das hat eine Sekunde gefasst bestimmt. Das hat eine Sekunde gefasst bestimmt. Für dich, aber für die... Ja, für die Mitteilnehmer. Mir doch egal. Oh, wir sind aufgestiegen. Mich interessiert nur, wie weit hinter ich zum Besten liege. Je geringer der Differenz ist, umso höher ist die Chance, dass ich nach oben aufsteige. Ist 18 viel? Weiter geht's. Okay, wo sperrt. Für... also in Deutschland ist es sowieso gering. Ich glaube, meine erste monatliche... War es eine monatliche? Ich glaube, es war eine monatliche. Bin ich... September? Oder August gefahren? Ich glaube, August. Mit den Rallye 4 Wagen. Okay, Vorsicht 30, Gruppe sofort weg sein, sie schneiden. Ich gehe rein. Ich gehe rein. 30, links, 1 plus Halbler. 400. In rechts, 6, rechts, 2, nicht schneiden. Vielleicht fiel ich immer noch über eine Kuppe. Was? Ich hab ein bisschen zu viel Temp. Lies weiter. Da gab links, 5, 400, steht... 400, dann in volle Bremsen, rechts, 5, über Welle, 400, in die 90 Grad links. 50, 90 Grad, 40, 90 Grad links fällen aus. Du hast eine Welle. Was? Da ist eine Welle in die zweite 90 Grad links. Rechts, 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 links, 4, minus eng. Und 90, 90, 6. Nach der erstmals Punkt. Also markiere ich die Stelle erstmal. Okay. 90 Grad, dann 90 Grad links. Wir schneiden, 40, enge kehren rechts. 50, rechts, 1, minus, halbler, öffnen bis 4. In links, 1, minus, lang. In links, 4, in rechts, 5. In links, voll, ist der Lenke. Vorsicht, 100 über Kuppe. Blind links, 1 und links, 1. Mach vor die erste links, 1 mal noch ein und. Blind und links, 1 und links, 1, alles klar. Ne, vor das blind natürlich. Okay, Vorsicht, Kuppe 30, blind und spitz rechts. Vorsicht, blind und enge kehren links spät ja nicht rein und Vollgas über Kuppe 200. Rechts, rechts und gerade halten, über Kuppe Sprung. 50. Links 5 plus, in rechts 5 durch Senke. In links, 6 Vollgas über Kuppe. 100, bremsen rechts 4, links 4. Innen halten, die schneiden, gut rum. Dann rechts 6 in links, 1 plus, 30 eng kehren links. Links voll. Dann Kuppe 50 blind, rechts 3 eng. In spitz rechts. Links 6 über Kuppe Kreuzung. 70, bergauf. In links. Besser diesmal. War es die komplette, nee. Doch. Links 6 über lange Kuppe in kleine Weiden senke, in Kehren innen. In den Gäre rechts. Rechts 5. In spitz links. Rechts 5, extra lang, lange Kuppe, über Kram Wie war das noch? Bisschen, in links 5, bremst, 90 Grad links, nicht schneiden Das reicht 180 In rechts 3, über lange Kuppe durch Torn, nicht schneiden, Mutrube Rechts 4, bergab, 90 Grad rechts, Bad Camber In 90 Grad links 250, über 2 Kreuzung, sofort, spitz links Rechts 4, 90 Grad links, bergauf, Bad Camber Volga ist 100, über Kuppe, in 90 Grad rechts, die schneiden Rechts 6, dann links 6, 40, 90 Grad rechts 200, über Welle, und durch Senke, in 90 Grad rechts 50, rechts 6, über Kuppe, in links 5, in 90 Grad links 50, rechts 3, minus, über Kuppe, 250 50, über lange Kuppe, bremst, engekekehre rechts, warten Warten Schneiden Was? Ja, engekehre rechts, nicht schneiden Über lange Kuppe bremst, engekehre rechts, nicht schneiden In links 4, auf links 1, über Kuppe, nicht schneiden Rechts 6, links 5, flanken, rechts 6 Da müssen links, links 5, flanken, links halten, über Kuppe, in rechts 3, die schneiden Rechts 6, links 5, links halten Über Kuppe, rechts 3, die schneiden 90, 90 Grad rechts, in links 4 Und? Irgendwie fehlt da eine rechts 3 Kuppe, in rechts 6, Vorsicht, täuscht Kuppe, Kuppe bremst, wegseits minus, engekehre rechts Mit Kämmer Wie fehlt mir da eine Korbe, in den Teams Kuppe ist immer noch 100, rechts halten In links 4, nicht schneiden Gas Rechts 5, über 2 gucken In rechts 1, links 2 150 Grad links, zum Kuppe In rechts 1, minus, nicht schneiden Wird dich halt über Kuppe, wow Und wo ein bisschen sehr dicht Ja wahrhaftig Und 90 Grad links, 50 bis 10 Perfekt Ok, Deutschland ist fertig So OK, Deutschland ist fertig Wat nenn ich den Lauf Er ist ja gut Kuppe Oke Nein, ich will die Wiederholung sehen. Du darfst gerne nur noch mal die Pace Note abrattern in Aufschrieb. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass die Pace Note abrattern in Aufschritten sind. Ich wusste nicht, dass die Pace Note abrattern in Aufschritten sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020